Was klebt hier alles? Froschen hat klebe Hände, Schatz. Komm, Spatze. Schmütchen, oh shit. Das Zeug klebt. Oh, ich hab' ich total klebe Hände. Spatze. Das ist für's Beuchlein. Komm, wenn du keinen Bauchweh bekommst. Auch nochmal für's Beuchlein. Oh, das klebt wie verrückt, ey. Klebt dir das Schnäuzchen zu. Komm, Spatzechen. Schmeckt nicht, ich weiß. Das ist ganz dolly. Ich weiß. Jetzt hast du's geschafft und ein bisschen fressen. Ja, der hat ja schon ein bisschen gefressen. Das ist ganz lecker. Guck mal, das ist ganz lecker. Guck mal. Guck mal. Lecker. Das schmeckt doch nicht. Doch, das schmeckt. Aber er hat gerade ein bisschen Banane, Apfel gefressen. Aber nicht viel. Ein bisschen muss er noch. Babybrötter ein bisschen. Und dieses Möhrchenbrei rein. Guck mal. 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 Ja, niedlich. Ich liebe das, wenn ihr's so macht. Aber es ist nicht gut. Halt. Da ist er wieder. Die Gelbärchen. Guck mal. Da bist du ja voll wieder da. Ein bisschen müssen wir. Wenigstens die halbe Spritze. Ach, ist der süß. Ja, so süß. Aber richtig süß. Ein bisschen spritz. Du hast ein bisschen wenig gefüttert. Ein bisschen englisch. Ein bisschen fein. Prima. Toll, machst du das? Der macht das so fein, ne? Mhm. Bist du stolz auf ihn? Ist der süß. Ein bisschen noch Spätzchen. Komm, mein Schatz. Ja, die wurde geklingelt, ja. Der hat abgenommen. Der ist total dunier worden. Mhm. Ja. Komm, mein Schatz. Der kommt ein bisschen schüttchen. Der kommt ein bisschen schüttchen. Ein bisschen schüttchen. Ein bisschen schüttchen. Guck, ist der Alisa. Der macht das auch aus. Ein bisschen ostlegger ist nicht so schlimm, wie er sagt. Der hat ja ein bisschen schüttchen. Komm, mein Schatz. Ein Mal noch. Der ist Schluss, okay? Komm, ein Mal noch. Ein Mal noch. So, nun mal gleich los. Vielen Dank.